Also heute im 18. Bezirk hier in der Antonigasse eine Baumscheibe, die wirklich furchtbar ausgeschaut hat. Wir haben sie ein bisschen gepflanzt mit ein paar netten Pflanzen, mit Garzanien, mit Mädchenaugen, mit schönen Dingen, einfach weil es da schöner sein soll. Und Guerilla Gardening in der Stadt hat etwas die Stadt einfach schöner zu machen. Die Bürgerinnen nehmen die Stadt wieder in Besitz und wir machen da unseren Teil. Jetzt haben wir es im 14., im 9., im 15., im 8., diesmal im 18. und demnächst im 3. Und ich glaube, es ist eine schöne Aktion, weil sehr, sehr sanft und die Stadt wird nur besser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017